hallo leute heute stelle ich euch meinen platz vor so schaut es bei mir aus und am herren der herr prangt mir natürlich da nun mal das licht ausmachen wieder so und da die kronen durfte ich mir drauf packen das ist mein schwein mein pc das ist das alte das erste a bzw vogelfedern so viele ringe musste ich machen stell dir vor so viele ringe muss sich schnitzen damit die ringer mir vergeben und verzeihen da das sind die hals umhänge die verschenke ich überall gestaltet frei nach gustung dafür brauchst du einfach nur die dinge du brauchst für diese aktionen da sind die rohlinge schau so schauen die dann aus so selten und 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 wichtig werden sie fast wie münzen das ist ein altes a gestell deswegen wenig buchstaben kollege und diesen brandstab brauchst du diesen brandstab das hier dann bisschen bisschen ösen glas stein hier noch dabei dann vielleicht für die ringe diesen mini beitel dann am messer das ist selbstverständlichkeit am messer für die schnüre verschiedenen farben reißfest aber obacht gehen bei mir diesen reißfest schnüssen waren halt günstig und wichtig auch moment jetzt muss ich schauen nach dem werkzeug so was darf nicht viel gehen das hier für die ösen noch das hier und dann bist schon fertig ach so und etwas sandpapier in zwei stärken einmal grob einer einmal schwach ja und dann entpassest und machst diesen rohling zu so einer augenweide ja erst den passt ab dann mit der feile die feile zeige ich euch ja noch da so eine feile so also zuerst ab machen im messer dann schleifen hier nochmal schleifen mit dem pfeilchen dann schleifen mit dem schleifpapier zwei größen dann mit dem brand kolben drauf brennen das motiv dann wenn du möchtest so so klein gehen die auch die öse oben einstechen mit dem schlüssel ding dann mit dem zängler nachziehen dass es knackert fast knackert dann mit dem feuer mit messer wieder abschneiden die länge von diesen anhängern und dann zusammenschweißen im feuerzeug bei den plastik schnüren geht es ja so einfach ist so einer beleidet und das sagte kamerad freund du drehst du irgendwann zehn euro aus der hand das finde ich habe 500 stück verteilt von diesen sachen ich bin deswegen überlebender fünf meiner brüder sind gestorben und am ende packst du noch klar lack drüber mit spray dose oder parkett lack und dann ist das ding imprägniert für die für jahrhunderte die dinge halten länger wie wir und manche können damit was da ist jetzt ein starb war der kartoffelmann der hat beide beliefert da waren wir melancholie setzungen für die dimension fast abwickelnd uns sehend da hat er uns beliefert mit kartoffeln aus dem kartoffelkeller und da habe ich ihm dieses teil gemacht und er sagt es ist ein geheimnis manche können da was mit den sachen na das zum beispiel für rod stewart gemacht ich gehe die jetzt mal langsam durch mit euch ja die gehen auch in groß selbstverständlich gehen den groß wenn ich zeigen darf das ist jetzt für die familie teufel zum beispiel wen einfaches teil muss noch lackieren mit verschiedenen attributen der dreizack modifiziert die drei stelle der dreizack die welt die würfel die er mit er sollen hat glaube ich das familienzeichen die familienzeichen die familie teufels der familie der stemperler und die drei stelle bitte die sonne überleben das habe ich ihm bereitet damit friede ist ja ja und so geht es in der ecke das sind die wertvollen die bespreche ich mit euch nicht die hat jeder mensch ein anderer mensch jeweils ein bewusstsein ist an jeweils einem dieser trümmer dieser teile die friedens kerze dort ist es randagang das ist jetzt einfach nur bemalt mit seinem stift hier so was ja da so schaut es dann auch aus ganz einfach jetzt mein viereckig pro hinke und das alte a ich gehe jetzt mit euch durch die ganze sache ihr wisst jetzt wie es geht ja mach auch sowas mach auch sowas bestell dir das im internet das geht natürlich auch mit steinen das war fließe es geht auch viereckig das ist für meinen zahnarzt das muss ich ihm noch bringen das ist der erste dala den ich gemacht habe da ich damit sogar mit was unterschrieben und den habe ich zerbrochen weil ich so wutig war da habe ich eigentlich darauf geschworen mit wachs mit blut und mit möglichkeiten das zu segnen mit dem magischen schwert und dann habe ich zerbrochen und daraus wurde ein splitter wurde meinem großvater zuteil in den wikinger gebieten der kann auch was der kann auch was damit ja langer rede kurzer sinn soll jetzt ein neues video starten das sind jetzt acht minuten 48 ich mache das jetzt als video ja wir können da lang reden da ihr könnt hier aus aus so ein pappdeckel von einer dose von einer tabak dose könnt ihr das machen ihr könnt dasselbe mit grafiken mit handwerkskunst mit steinen euer in beziehungssetzungs material oder plastik machen mit plastik scheibchen und dann immer drauf mal und das ist mein taler für dich ja ich habe so viele wo fange ich an wo höre ich auf möchte ich nichts zu sagen ist wertvoll vielleicht kurz ach so dasselbe hier mit einer dosen nüschendose geschichte das war tabak dosen geschichte nüschendose das drehe ich immer so ist für meine frau so ist für mich mehr das hängt an meinem schreien so das war für den kartoffelmann das wisst ihr und jetzt na um das in beziehung zu setzen zum geld hat es ja gar nichts zu tun das hat nichts mit geld zu tun das sind einfach sachen die kommen vom herz ich erkläre euch jetzt aber vielleicht doch in einem längeren video wie sich das zusammensetzt für den kupfer und für den dimension stabilisierungsgang dass man die sachen in ehren hält das ist der mauerfall das ist paris das ist schon irgendwie abgegriffen die habe ich immer gerne in der hand 10 euro republik france das ist mein vater das ist herrminius de carusca eine sondermünze gewesen das sind 10 eq bevor es der euro hieß ja familienmünze möchte ich nicht zeigen das jenseits stört man nicht wenn ich die aber berühre warum haben denn in den mafia filmen die menschen das immer in der hand warum haben die immer einen hut auf frag dich das komm dahinter irgendwann ja das ist schon die ziel und maßsetzung wer könnte da mit was anfangen dass du immer eine münze in der hand hältst in diesen mafia filmen oder den hut dann habe ich zum lohne für tanzen und singen für eine bekannte diesen blauen stern bekommen dieser rundstern da bin ich ja ganz stolz drauf ja das geht mit münzen auch das ist wieder kupfermünze da regen sich wieder die engländer auf wenn ich sie anlage dann kriegen die was mit manche das zeige ich euch lieber nicht wenn das eine andere zeitgegen das ist natürlich elisabeth natürlich oder nein das ist regina das ist kanada das ist die regina das ist von meinem gerd von der heiden deutscher ritterorden von meinem hochmeister aus frankreich das ist der wilhelm der wilhelm natürlich eine nachprägung eine replik kein original das ist auch wertvoll das müsste der bismarck sein ich bin mir jetzt nicht sicher das soll wertvoll sein das ist wieder ein eq ein 4 euro das das sind meine dienstherrenmünze das ist jetzt der bismarck entschuldigung das ist echt silber das ist meine mini rest sammlung ich habe eine sammlung gehabt die war 1200 euro wert das ist das zeichen vom lucifer das habe ich schon ausgetragen das neue zeichen vom lucifer habe ich auch hier nochmal für mich ist der gott gewesen steht auf proseth.cracker.info proseth.cracker.info das ist mir eine wertvolle Münze da war irgendeiner verwandert dran das ist jetzt fritz der alte fritz so das war es dann noch ein cent warum ein cent da ist die welt drauf Leute wir haben die welt mit zu sortieren wir haben die welt mit zu sortieren wenn auf der kupfermünze die welt drauf ist die franzosen haben den gold sonnen auf die münze und haben dann krieg bekommen das war die revolution wir haben die erde drauf die sonne sollte man eigentlich gar nicht dar bilden dann habe ich hier meine mutter ein sinnbild für meine mutter entschuldigung ist das jetzt die erste und einzige goldmünze die ich habe für meine mutter andorra so frau wie sie den planeten umsorgt mit der uno das ist wieder so ein teil das hat eine wertvolle person für mich noch ja ein wertvoller mensch auch das ist wieder so tabak dosendecker so das war das in schweren tagen für deutschland oder für das gebiet was ich um mich herum sicher meine wichtig dass die leute sich beweisen konnten vor leuten die keine magie kennen da waren das alles unikate ja ich gehe die alle noch gleich arm durch die zum beispiel hat die wilhelmine ihren garden besucht wie ich den dann da wilhelmine sage wilhelmine ist die schwester vom alten fritz in barraud one pro unitas steht drauf jetzt kommt das wieder in die schachtel und jetzt gehen wir rüber zu den holz gravurscheiben ja ja nicht ist für einen praktischen arm bülermodus die münzen angedacht ja es ist seltsam es wird hier vielleicht gerade angesonnen dass mir wieder eine wertvolle münze runter fiel ja 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 so dort das hat einer in der hand an einem anderen ort beim anderen andreas und befand es für schön das wie sie ihn abgewickelt haben den roa noir den luzifer den wo sie satan behaupten wo ich sage das ist der wahre schöpfer gott haben ganz viele magier in der dimension dieses holz münz gelden oder holz gravurscheibchen in der hand gehalten schau doch mal wie abgegriffen die ist so viele menschen haben das unterm tisch hin und her gezaubert um sich anzuschauen haben sie gesagt ein glans grönler so auf die art schau mal was der macht später schau schau mal was der macht ein glans grönler mit dem hohen zollern schild und die drei zacken für gesee und da ist die pyramiden wie unter hypnosen gesetzt mit dem gringelern und da haben die das durch die hand gereicht bt für bayreuth x für die angenommenheit wie bei der wahl 18 2018 war friede das ist eine pyramide mit zwei stäben oben weg so quasi x da hat es nicht mal ganz hingepasst land klein geschrieben ach das sollte auch ein x sein drei x das haben die von der hand zur hand zur hand so dass es so aussieht gebracht ich habe jetzt noch von der grauen majestät eine münze die will ich nicht zeigen so jetzt gehen wir die mal ganz schnell durch das ist noch nicht weitergegeben worden die das wesen gibt es jetzt wirklich das hat sich erruieren lassen durch dieses holz münzkern will ich gar nicht so lang reintun genauso wie moment eine münze hat eine riesen kamille bewirkt ja manche können sich das vorstellen dass so Leben eruiert sich und dann wurde es wahr dieses wesen entschuldigung pracht liebe fähigkeit benimm um dran zu glauben das hexen einmal eins da oben habe ich gedacht machst mal symbole ob das geht frauenstolz und die zwei wesen links rechts haben sie uns auch gezeigt freier gewidmet da wieder roi noir dort ist das alte das erste a triank . 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 war für die Teufel die Münze weil sie schwarz ist und es pro seed pro hinkel Entschuldigung dieser hinkelstein mit Flügeln pro hinkel . . . Und dann habe ich ganz viele Münzen für einen Konge für einen König für mein Altar für meinen little Schrein das sind ganz viele Worte für Chef und König da Boss. Ich gehe nochmal schnell durch. Korol. Koning. Bas. Niederländisch. Der Chefhut. Der Chef wieder mit Leiter. Habe ich ja gerne gemacht. Hier auch die Leiter. Dann der Seth. Wie ich mich manchmal nenne. Der Seed. Der Seed. Warum der Seed? Der Seed war das einzige Wort, wo ich mir einen persönlichen Körper behalte. Nicht für meine Vormittel oder Nachnamen. Behalte ich meinen Körper nicht. Ich lasse mich nur für den Seed personifizieren. Angefangen hat das Ganze mit Holzerzen. Da glauben manche vom Fernsehen dran. Dass wir das Amt wieder beleben. Können. Lucifer, er hat auf Holz gebrannt. Wunderschön. Dann der eine. Der eine. Roanua Seth. Wann doch mal. Die magnetisieren und gehen das manchmal on. Was ich mache. Die machen schon Flecken rückwendig und zaubern sie her. Ja. Der eine Roanua Seth. Wann wir mal. Dann das ist für Soldaten angedacht gewesen. Die war schon in guten Händen. Die Soldatenfarben fahnen. Und da rot. Wie Frankreich. Weißblau. Dann wieder eine Chefmünze. Da steht Gnade drauf. Steht Gnade. Ganz wichtig. Die drei Stäbe, die die Sonne überleben. Gnade. Wie ich das brennen will, kriege ich einen Magic Attack. Du, ich kann so viel erzählen. Das ist noch so viel Stoff. Auch das ist die Pflanze. Die gab es dann wirklich. Eine übermenschlich große Kamille. Ist ja ich geworden. Ja. Da wieder der Chef. Da drei Punkte. Da das Jahr eins der Gottesauffindung. Ist 2021 für mich. Das Jahr 2020 war das Jahr 0. Die Endzeit ist ja vorbei. Der Christen. Die Drangsal ist vorbei. Da habe ich hier dieses gemacht. Artist. Weil. Nannte ich mich da. Lamy Friend. Künstlerfreund. Da hat mich jemand gekratzt mit dem Ding. Weil er das assoziativ und zustandemäßig gedachte. Freund nicht mag. Der Majestic. Der Don. Und das Ganze. Natürlich. Mit Gott. Die Weltreligion in Außenraum. Sagt eine Andreas. Das sind vielleicht schon manche für weniger gestorben. Unglaublich. Unglaublich. Und das waren die Herzen. Mit denen hat es angefangen. One Love. Tun wir nochmal zwei raus. One Love. Seth. Manche haben da ein Vermögen. Man glaubt es nicht. Setia. Die Frau. Quadriga. One Love. Und. Einig. 2018. Friede. So. Und ich habe 500 Stück von diesen Sachen gemacht. 500 Stück. Und habe die alle verschenkt. Ich habe 30 Wanderstäbe verschenkt. Ich habe 30 Wanderstäbe verschenkt. Und lebe wegen diesen Dingern. Deswegen. Mein Bruder wurde ja totgebatcht. Das sind die Rohlinge. Und es geht weiter. Ich zeige mich nochmal kurz. Na. So. Vogelfeder für die Gotteskommunikation. Und ich hoffe es geht euch gut. Das Ganze kommt auf. Holztalente.cracker.info Mit den ganzen Fotos von den ganzen. Holztalente. Holztalente.cracker.info Mit. Folgtalente. Vielen Dank.